Und schon sind wir beim letzten Thema angelangt. Eigentlich ist es kein Thema mehr, sondern eine Aufgabe, die sogenannte Einbeschreibungsaufgabe. Ihr müsst jetzt gar nicht herausfinden, wie jetzt das Ganze hier einbeschrieben worden ist. Die Aufgabenstellung ist so, wie ihr jetzt hier das Bild seht. Wir haben ein Dreieck, das ist ABC, ist gleichschenklich, steht es in der Angabe dabei. Und dem ist ein Quadrat einbeschrieben worden. Also genau so angepasst, dass es exakt an den Linien hier rein geht und dass eben diese Punkte auf den Linien liegen und dass es dann eben ein Quadrat ergibt. Gleichzeitig habe ich die Strecke AB gegeben und die Höhe, die ist 6 cm lang. Was ich damit als erstes immer mache, ich muss eigentlich hier x berechnen, was ich als erstes immer mache, ist einfach mal ein bisschen die Höhen einskizzieren. Oder meistens wird auch eine Skizze verlangt, da soll man mal ein bisschen ein Gefühl für die Aufgabe kriegen. Und dann skizziert man eben gleich dazu, was bekannt ist, um dann eben später leichter aufs Ergebnis zu kommen. Wahrscheinlich schaut das jetzt für die meisten sehr chaotisch aus. Was soll denn hier funktionieren? Was soll man denn hier berechnen? Wir haben ja kaum was gegeben. Da müssen wir uns jetzt an unsere vier Streckensätze zurückerinnern. Wenn wir es genau anschauen, haben wir zwei sich schneidende Geraden, die von zwei parallelen Geraden geschnitten werden. Das sieht man hier ganz schön. Die SR und AB, das sind die parallelen Geraden. Ja, und wenn wir das haben, dann können wir nämlich eben die vier Streckensätze anwenden. Man sieht das auch nochmal ganz genau. Genau hier haben wir unsere zwei ähnlichen Dreiecke. Das heißt, wir dürfen Seiten in diesen beiden Dreiecken gleichsetzen oder ins Verhältnis setzen. Das Erste, was wir jetzt da drauf kommen, das ist ziemlich einfach, denn die Strecke SR und die Strecke AB, die sind gegeben. Hoppla, wird jetzt jemand sagen, SR ist doch gar nicht gegeben. Es ist bei dem PQRS ein Quadrat. Also ist die Seite PQ genauso lang wie die Seite SR, also x Zentimeter. Also haben wir schon mal den ersten Teil. Die Strecke 10 zu x verhält sich wie? Jetzt fehlt der zweite Teil. Die Strecke CS ist nicht gegeben, CR ist nicht gegeben. Es sind einfach keine weiteren Strecken gegeben. Also diese außen von diesen, oder diese zwei gleichen Schenkel beim Dreieck, da haben wir keine weiteren Größen. Es muss also noch eine zusätzliche Größe geben, die jetzt bei beiden zu verwenden ist. Und bei diesen Einbeschreibungsaufgaben ist das fast immer die Höhe. Diese Höhe, wenn sie zentrisch gestreckt wird, wird ja auch entsprechend diesem Faktor gestreckt. Also dann ist die eine Seite, das da hier, von C bis hierhin, wird gestreckt bis ganz runter auf die Höhe. Okay, die Kompletthöhe in dem einen Dreieck, also ABC, das ist 6 Zentimeter, das ist noch völlig klar. Die Frage ist, wie lang ist diese Seite hier? Da kommen wir jetzt noch nicht so schnell drauf, denn da ist ja keine Angabe hier dran. Aber da müssen wir auch einfach auch wieder ein bisschen ums Eck denken. Das hier ist ein Quadrat PQRS. Das heißt, jede dieser Seiten ist x Zentimeter lang. Die da und die da oben, die da oben interessiert mich nicht, die hier interessiert mich. Denn die Höhe hier dran ist 6 Zentimeter. Und wenn ich davon diese x Zentimeter abziehe, erhalte ich die hier oben. Also ist diese Höhe hier oben nichts anderes als 6 minus x Zentimeter. Und so kann man die da oben meistens darstellen, ja, als die Gesamthöhe minus der Teil, der hier überschüssig weg abgezogen werden muss. Und schon habe ich meine Verhältnisgleichung. Nochmal, die 10 Zentimeter hier unten zu diesen x Zentimeter hier oben. Das sind quasi die beiden Seiten, die unteren Seiten in diesem, also die Basen in diesem Dreieck. Und dann nehme ich die Höhen einfach noch ins passende Verhältnis. Natürlich zuerst die größere Höhe, weil ich auch zu oben zuerst die größere Seite genommen habe. 6 zu 6 minus x. Höllisch aufpassen muss man, dass man nicht aus Versehen diese Seite hier nimmt. Und diese x-Seite, was hier in dem Quadrat drin ist, die ist keine Seite, beziehungsweise keine Höhe von meinen zwei ähnlichen Dreiecken. Also da muss ich aufpassen, dass ich nicht aus Versehen die nehme, sondern mir immer wieder vor Augen führe, ich brauche die hier oben, auf die muss ich irgendwie durch Rechnung kommen. Jetzt habe ich zwar zwei x drin stehen, aber das werden wir gleich sehen, das macht überhaupt nichts. Wenn ich jetzt nämlich die Bruchgleichung auflöse durch den Tricky Trick, dann entsteht halt auf der linken Seite ein x und auf der rechten Seite ein x. Ausmultipliziert heißt es, 60 minus 10x ist gleich 6x. Dann bringe ich halt die 10x noch auf die andere Seite und teile dann durch 16. Und das war es. Jetzt habe ich mein x berechnet. Das war das Einzige, was ich hier machen wollte. Theoretisch könnte ich jetzt natürlich auch sagen, das ist auch sr und pq ist es ja ein Quadrat. Nochmal zusammengefasst, wenn ich so eine Einbeschreibungsaufgabe habe, dann mache ich erst eine kleine Skizze, wo ich mir das grob vorstellen kann, was es ist, wo ich auch meine Größen einzeichne. Dann versuche ich irgendwelche ähnlichen Dreiecke zu finden und eine Verhältnisgleichung hinzubekommen. Das zu dem wie das zu dem. Da sollte ich möglichst die Höhen berücksichtigen und aufpassen, dass ich nicht die falsche Höhe verwende. Und dann ist es einfach eine Bruchgleichung auflösen. Was man hier immer im Hinterkopf haben muss, sind die Eigenschaften der gegebenen Stücke. Also ich muss wissen, was es bedeutet, dass es eben ein gleichschenkliges Dreieck ist. Ein gleichschenkliges Dreieck heißt es, dass es hier genau in der Mitte landet zum Beispiel. Also diese Höhe geht genau in die Mitte. Ist es kein gleichschenkliges Dreieck, wandert es darüber. Und ich muss wissen, dass eben das Quadrat, alle Seiten gleich lang sind. Ist es ein Rechteck? Kann ich jetzt nicht sagen, dass diese Seite gleich der Seite ist. Wenn jetzt irgendwo hier ein rechtwinkliges Dreieck ist, dann muss ich halt eben berücksichtigen, dass zum Beispiel der Thaleskreis gilt. So eine Eigenschaften muss ich dann wissen. Und dann kann ich so eine Einbeschreibungsaufgaben lösen.